Ey, Junge, sorry, wenn wir das jetzt nicht so herbe machen, es ist 30 Grad in die Sonne. Einmal volle Kanne drehen. Schneller, mein Gott. Ich könnte mal damit nochmal eine Runde springen. Ja, los! Los, Einsatz! Schneller, schneller, schneller! Was? Boah, ist das Fisch! Was ist das? Das ist eine Zitze. Was ist das? Aja, 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 aja! Tja, tja, tja! Tja, tja, tja! Wuh! Wuh! Tja, tja! Nicht gegen den Baum jetzt! Tor! Ich wollte nicht kratzen, okay? Schmücken versuchten! Jetzt fisch mal treffend! Das war eine Warnung! Und jetzt bin ich in der Ballung! Ich hab' schon wieder auspackt, so wie auch noch... ... fast die Brust auch noch... Ey, ey! Naja, schnell! Naja, schnell! So, ich bin wirklich getroffen, aber wirklich! Ach! Ich glaub einer, also der Aufwand jetzt will ich hier. Ich glaub einer hat, dass er auch da was geht. Ja, ist doch... Stöller! Eich, ein Arsch! Was ist denn ein Wohlf? Gefilmt oder? Den was? Den ein... Die Haare und die Reden. Wow, ich sauber rede. Schau mal, dass ich mich auch erschnaufe. Jetzt hau ich genau so mehr. Das war eine schrecklich nette Familie. Arschhoff! Scheiße, ich kann die Kamera nicht gerade halten. Er wird sich ja voll verarcht. Er lacht voll über ihn. Arschhoff! Hose runter! Ente in Arsch raus! Deine Hose scheint ganz schön Appetit zu haben. Die Hose früße scheint ein bisschen Arsch. Das ist ja schon widerlich. Jetzt geht's aber ab hier im Train. Arschlöcher! Arschloch! Arschloch! Ja! Ah! Oh fuck yo! Ahh! Ich stopp schon drüber! Scheiße, ich wollte eigentlich nur den X abmachen. Ich muss ja wirklich kochen, ey. Oh, oh, oh. Oh. Mach doch. Was machst du hier? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Mach doch mal rein. Schöne Grüße von Jan. Zurück! Arsch lecken! Arsch! Ah, der war nicht gut. Spät gelockt. Ist das drauf? Nein, nein, nein. Arsch! Arsch! Der war richtig schwarz! Oh oh! Warte mal! So muss ich speichern! Fahrein! Ist gleich weg! Sprink nochmal! Sag mal! Na, es geht! Jo! Schön hoch! Willst du jemanden Seed Grab machen? Weiß ich nicht, dass ich nicht mehr schaffe! Ist aber eigentlich lustig! Film ihn mal! Ey, das ist was besser als ich! Kleines Stück! So hättest du es auch machen können! Haha! Boah! Das ist besser als dieser... Hallo, da war ein Trick! Boah, ist doch gut! Ist der da drin? Boah! Der war geil! Scheiße! Der war geil! Geil! Besonders die Landung! Nein! Ah! Ah! Ich hab ihn mal. Ich hab ihn mir. Ich hab ihn.